Selbstakzeptanz ist Freiheit, denn die Wahrheit ist, dass Selbstakzeptanz uns die Freiheit gibt, authentisch zu sein. Wenn wir uns selbst annehmen, so wie wir sind, können wir unser volles Potenzial entfalten und unsere Träume verwirklichen. Selbstakzeptanz ist der erste Schritt zu unserem authentischen Seinspotenzial, also den Potenzial, die ich immer so gerne den Bauplan unserer Seele nenne, das, was du mitgebracht hast. Denn wenn du beginnst, dich selbst anzunehmen, spürst du viel schneller, wo du deine eigenen Unwahrheiten gegen dich selbst lebst. Deine anerzogenen Verhaltens- oder Seinsweisen haben nämlich in der Regel überhaupt nichts mit deinen wahren, authentischen Seinspotenzialen zu tun.